So und damit herzlich willkommen zur kleinen Schaumsprüher-Pflegestunde. Heute geht es mal um das Werkzeug selber. Der Schaumsprüher wird sehr, sehr viel hier von euch auch da draußen benutzt und auch bei mir sehr viel im Einsatz. Bedeutet auch Höchstbelastung. Nicht nur mechanisch, durch das Pumpen, durch das Bewegen, sondern auch chemisch. Wir haben ja nicht nur hier Wasser drin, sondern wir haben ja auch alkalische Vorreiniger, saure Snowfoams und was alles dazu gehört. Und deswegen mal so zwei, drei Tipps zum Solo-Schaumsprüher oder generell kann man das auch ein bisschen auf alle Schaumsprühe übertragen, was die Pflege angeht, worauf man ein bisschen achten sollte. Und warum vielleicht bei dem einen oder anderen so nach einem halben Jahr oder so nach einem Jahr, je nachdem wie man den halt auch behandelt, das Schaumbild vielleicht ein bisschen nachlässt, ein bisschen schwächer wird. Oder auch bei Schaumsprühen, wo man die Düse nicht wechseln kann, wie hier, wo man das einfach einstellt. Nehmen wir einfach mal Gloria FM10 und Quasar. Worum dann eigentlich am Anfang das mit der schwarzen Düse sehr gut funktioniert hat und dann so nach einem halben Jahr funktioniert das irgendwie auf einmal nicht mehr so richtig. Haben sich da die Snowfoams geändert? Das kann durchaus was mit dem Schaumsprüher zu tun haben. Und deswegen mal meine Tipps heute in diesem Video. Das Erste, wenn ihr hier mit so einem Schaumsprüher arbeitet, achtet vor allen Dingen hier bei dem Solo-Schaumsprüher auf die richtige Variante. Bedeutet hier diese FB oder B oder FA oder A-Varianten, je nachdem, ob ihr Drucksprüher oder Schaumsprüher nehmt, das bedeutet immer hier unterschiedliche pH-Wertbereiche, was die Dichtung hier drin angeht. Die A-Varianten sind von pH1 bis pH7, also bis pH-neutral, und die B-Varianten sind von pH7 bis pH14. Bedeutet, wenn ihr einen alkalischen Vorreiniger nutzt mit pH12, Greenstar, Multistar, Gravity und wie sie alle heißen, dann holt euch auf jeden Fall die FB-Variante im Schaumsprüher und die B-Variante als Drucksprüher. Das F steht immer für Foam, das heißt, das Ganze hier ist der Schaumsprüher und das andere ist dann der normale Drucksprüher. Seht ihr auch hier vorn, bei dem Schaumsprüher ist das Rad dabei und bei dem Drucksprüher habt ihr nur diese spitze Sprühdüse. Also immer darauf achten, B für neutral bis alkalisch und A von sauer bis neutral. Wenn ihr wisst, ihr sprüht jetzt nur immer neutrale Snowfoams, ihr wollt nie irgendwas anderes da nutzen, könnt ihr euch eine der beiden Varianten raussuchen, je nachdem wie ihr das nutzen möchtet. Dann hier bei dem Solo Foamer haben wir den Vorteil, dass hier vorn dieses Düsenpaket nicht zu wechseln ist. Das haben wir zum Beispiel bei der Gloria FM10, FM30 und dieser Leisen auch bei Quasar, haben wir hier diese wechselbaren Schraubeinsätze oder diese Düsen bzw. Schaumstofffilter. Hier beim Solo Foamer habt ihr hier nichts drin, hier ist kein kleiner Filz oder sowas, der sich mit der Zeit zusetzen kann. Und das ist eigentlich mit so einer der wichtigsten Punkte. Wenn ihr hier so einen Schaumsprüher habt, das ist jetzt bei dem halt nicht der Fall, aber wenn ihr so eine FM10 habt oder FM30 oder wie sie alle heißen, dann reinigt diese Düsen hier vorn auch mal durch. Es ist gar nicht so extrem entscheidend, dass ihr diesen Ansaugschlauch und sowas immer 100% durchspült. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, sage ich euch auch gleich nochmal ein bisschen was dazu. Aber bei den Schaumsprühen mit diesen Düseneinsätzen ist es unheimlich wichtig hier vorn, diese Düsenfilterkartuschen auch mal richtig durchzuspülen. Das heißt hier abschrauben, rausbauen und dann mit einem Wasserstrahl durchspülen oder das Ganze auch so machen, wie ich es euch jetzt zeige. Wir stellen uns immer vor, dass es jetzt hier mal neben einem Soloformer auch eine Chloria FM10 und sowas sein kann. Dass wir hier nach der Nutzung, hier drin ist ja jetzt noch alles ein bisschen mit Schaum gefüllt, dass wir hier einfach den Behälter leer machen, Wasser reinfüllen, das Ganze sozusagen einmal durchspülen, oben raufschrauben und dann nochmal ein bisschen Druck aufbauen. Es muss kein übermäßiger Druck hier aufgebaut werden. Wichtig ist, dass es hier vorn, ich mache das jetzt hier an meinem Tisch und deswegen sprühe ich das ins Tuch rein. Ihr könnt es dann auch an der SB-Box machen oder irgendwo im Waschbecken oder so. Dann sprühen wir hier einfach den Schaum noch durch und irgendwann, jetzt kommt nur noch Wasser. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, ihr braucht ja wie gesagt keinen riesen Druck hier aufbauen, kann man das auch gerne nochmal hier verstellen. Ja, da kommt es noch flüssiger. Da haben wir wirklich jetzt nur noch das Wasser. Diese Sauerei habt ihr dann nicht, ihr macht das bei euch im Waschbecken. Und damit ist dieses ganze System durchgespült und auch hier vorn dieser Filtereinsatz. Ihr könnt aber trotzdem hin und wieder mal schauen, erstmal Druck ablassen noch, den Restdruck ablassen. Ihr könnt aber auch hier bei euren Sprühen mal schauen, dass diese Schaumstoffdüsen auch nicht so dauerhaft verklebt sind. Wenn ihr jetzt auf einmal nach einem Jahr anfangt, eure FM-10 hier zu reinigen, kann das vielleicht auch schon zu spät sein und dann muss man sich irgendwann mal diese Düsen oder diese Filtereinsätze nochmal neu holen. Das ist halt der große Vorteil vom Solo-Foamer, dass wir das über dieses innenliegende Teil verstellen und nicht hier irgendwelche Düsen wechseln müssen. Das ist halt ein riesengroßer Vorteil. Und das kann man auch während des Sprühens machen. Und man muss nicht erst hier alles wieder auseinanderbauen an der SB-Box und das rollt alles durch die Gegend. Also ganz, ganz wichtiger Punkt bei eigentlich allen Schaumsprühen, außer hier bei dem, vorn diese Düsen, Filtereinsätze durchspülen. Am besten gleich das ganze System und dann ist alles safe. Hier zum Lagern der Produkte. Das heißt, wenn ihr hier alkalischen Vorreiniger habt und so weiter, ihr könnt das hier auch drin lagern. Wichtig ist, trotzdem ist das eine höhere Belastung für die Dichtungen und für das ganze Innenleben. Natürlich halten die das deutlich länger durch, wenn ihr hier die passende Variante habt, aber man muss es ja nicht provozieren. Deswegen, mein Tipp, ich würde es so machen, wenn ihr den Schaumsprüher oder Drucksprüher bei euch ganz oft im Einsatz habt, ihr macht eine gewerbliche Aufbereitung oder was auch immer und habt halt einfach das viel in Nutzung. Ihr könnt nicht jeden Nachmittag das hier durchspülen und sowas und reinigen. Dann würde ich das einfach drin lassen, komplett verbrauchen und dann braucht ihr das eigentlich nicht durchspülen. Wichtig ist, dass es hier nicht ewig drin steht, weil sich das dann so ein bisschen austrocknet und dann die Leitungen zusetzt, die Tenside und Inhaltsstoffe. Wenn ihr aber das Teil regelmäßig im Einsatz habt, jeden Tag sprüht ihr eure Vorreiniger auf die Autos, dann könnt ihr es auch problemlos drin lagern, jeden Tag nutzen, dann wird es auch jeden Tag durchgespült. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, okay, die nächsten zwei, drei Monate oder die nächsten acht Wochen und sowas werde ich den jetzt gar nicht nutzen, dann würde ich euch empfehlen, den Schaumsprüher oder Drucksprüher immer im gereinigten Zustand einzulagern in dem Fall. Das heißt, ihr den Kopf abbauen, mit Wasser spülen, das oben durchspülen, Behälter ausschütten und perfekt in den Schrank stellen, dann kann das auch mal länger stehen. Aber ich würde es nicht im gefüllten Zustand, auch mit Snowfoam, so zwei, drei, vier Monate in den Schrank stellen. Und das ist ein ganz großer Punkt, warum dann die Schaumsprüher auf einmal dann nach Wiederbenutzung nicht mehr so richtig funktionieren, weil das ganze System hier innen verklebt ist oder zugekrustet oder festgekrustet und die Düsen sind auch zu. Auch wichtiger Punkt. Wichtig ist, dass ihr hier auch die Dichtung kontrolliert. Schaut mal hier bei dem Pumpeinsatz, dass wenn ihr hier die Pumpe bewegt, dass die Dichtung hier zum Beispiel beim Solofoamer, die blaue, schön gerade ist, nicht verkantet ist oder irgendwie gar nicht mehr vorhanden ist. Dann fehlt euch zum Beispiel hier der Druckaufbau und es kann auch nicht so richtig die volle Performance am Ende rauskommen. Auch im Inneren diese Dichtung mal kontrollieren, ob die noch sauber ist, ob da alles schön glatt drin liegt oder ob die schon auf einer Seite raushängt oder vielleicht schon gar nicht mehr richtig drin ist oder gerissen ist oder so. Das kann alles dafür sorgen, dass dann die Leistung stark zurückgeht oder auch vielleicht das Pumpen ewig geht oder gar nicht mehr funktioniert. Hier unten bei dem Filtergewicht auch mal reinschauen, ob hier irgendwas verkrustet ist, ob ihr irgendwelchen Dreck angesaugt habt, weil vielleicht doch irgendwie im Wasser da ein bisschen Schmutz drin war. Je nachdem, auch das mal mit kontrollieren. Kann man auch abmachen und mal durchpusten. Einfach hier richtig von der anderen Seite durchpusten mit Luft. Dann haben wir noch folgenden Punkt und zwar, wenn ihr euch einen Soloformer gekauft habt und das ist jetzt speziell ein Punkt, was diesen Sprüher hier angeht. Vielleicht ist es bei euch schon mal passiert, auf einmal nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder was auch immer, irgendwie pumpt der nicht mehr. Der baut keinen Druck mehr auf. Ihr pumpt so und irgendwie baut es keinen Druck auf. Ihr drückt dann und kein Druck mehr im System. Dann habe ich jetzt festgestellt, weil ich habe die ja ganz, ganz viel im Einsatz, kann es sein, dass dieser Pumpmechanismus hier im Inneren ein bisschen locker geworden ist. Das heißt, hier ist er verschraubt. Ich drehe den mal komplett raus. Das heißt, hier seht ihr das Innenleben. Hier kommt dann dieses Pumpgestänge raus. So könnt ihr das auch rausziehen und hier diese Dichtung noch mal kontrollieren. Wir stecken das wieder rein. Natürlich muss man hier oben ein bisschen gegenhalten, weil das genau der Pumpmechanismus ist. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn ihr so einen Fall habt, dass ihr pumpt. Ich mache es euch jetzt mal vor. Ich zeige es euch jetzt mal hier am lebenden Beispiel. Ihr macht das hier rein, schraubt das zu und jetzt pumpt ihr und ihr pumpt und ihr pumpt, ihr drückt und es baut keinen Druck auf. Es ist absolut defekt. Ist es aber in den meisten Fällen nicht. Deswegen einfach Drucksprüher mal aufschrauben oder aufs Schraubensprüher und jetzt kontrolliert einfach mal, das ist eine ganz schöne Sauerei hier wieder, kontrolliert mal, ob dieser Pumpmechanismus hier unten vielleicht ein bisschen locker geworden ist. Das kann passieren und da kontrolliert ihr am besten mal hier diesen Pumpmechanismus. Es kann nämlich sein, dass der nicht ganz fest ist und ein bisschen locker ist und dann habt ihr keine Abdichtung. Es pumpt zwar hier unten, aber der Druck wird nicht aufgebaut. Das bedeutet, hier auch noch mal kontrollieren, ob die Dichtungen alle sitzen. Dann macht ihr das am besten, wenn ihr trockene Hände habt oder nehmt euch ein Tuch dazu und dreht den hier einfach mal richtig schön, guckt mal, wie weit ich gehen noch drehen kann, richtig handfest. Dann, wenn ihr merkt, Widerstand kommt, einfach noch so ein ganz kleines bisschen. Ihr wollt die Dichtung innen nicht platt drücken, sondern wirklich noch mal fixieren, festmachen und wenn ihr jetzt pumpt, das kann ich euch halt nur zeigen, wenn der Kopf hier drauf ist. Wenn ihr jetzt pumpt, reicht es schon ein paar Mal hier zu pumpen und ihr seht, der Druck ist wieder da. Das ganze System funktioniert wieder. Also es ist wirklich so, dass hier das kein übelster Defekt ist, sondern einfach die Pumpeinheit ein bisschen locker geworden ist. Dann zieht ihr die noch mal fest. Einfach so Erfahrungswert von meiner Seite. Wenn ihr das alles beachtet, die richtige Schaumsprühebezeichnung euch holt für eure Produkte, das hier vorne auch mal durchspült, auch bei eurem Schaumsprüher, wenn ihr diese Filterkartuschen hier drin habt, die auch mal regelmäßig durchspült und das nicht festkrusten lasst. Wenn ihr das länger stehen lasst, auch sauber macht und nicht mit Produkt hier im ganzen System irgendwie zwei Monate in den Schrank stellen, ganz, ganz schlecht, vor allem in den Wintermonaten aufpassen. Und hier vor allem beim Soloformer, wenn ihr das Problem habt, dass der keinen Druck aufbaut, einfach mal unten die Pumpeinheit ein bisschen fester ziehen und dann sollte eigentlich hier alles funktionieren. Aber wenn ihr das alles beachtet, sollte eigentlich der Schaumsprüher ein langer Begleiter hier für euch sein und ihr solltet sehr, sehr viel Freude und auch Performance von so einem Sprüher erwarten können. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, gerne unten in den Kommentaren melden. Euer Sebastian. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Galen. Die Sendung war gllies.